Konnichi, wow, und Leute, ich brauche eure Hilfe, es ist fast vorbei mit meinem Kanal, na gut, so schlimm ist es jetzt nicht, aber habt ihr mal gemerkt, dass es immer weiter nach oben geht mit meinem Kanal, aber die Interaktion irgendwie immer weiter runterfällt und da habe ich mir so gedacht, Leute, ich muss mal direkt zu euch sprechen, ich muss zu dir sprechen, dir, ah, genau zu dir, denn ich möchte viel mehr mit dir interagieren, das heißt ab jetzt, du musst ab jetzt alles vorspammen, schreib Kamehameha, schreib Rasengan, schreib Spaghetti, ja genau, Spaghetti, es ist natürlich auch so, dass ich mich ab jetzt genauso bemühe, denn du kannst nicht alles alleine machen, deswegen werde ich ab jetzt immer aktiver sein, ob auf Instagram oder auf Instagram oder auf Instagram, ja, ich weiß einfach nicht wirklich, wie Twitter funktioniert, aber okay, ich bin auch da, aber auf Instagram werde ich auf jeden Fall demnächst wieder ein paar Livestreams starten, auf Facebook könnt ihr natürlich auch immer gerne liken, alles steht unten in der Beschreibung, ja, wenn ihr ab und zu mal live dabei sein wollt, denn da denke ich mir auch einige Videoideen ab jetzt aus, da könnt ihr dabei sein, da auf Instagram, außerdem habe ich jetzt noch die Nachricht bekommen, ich darf ab März viel mehr arbeiten, das bedeutet, ich habe keine Zeit eigentlich und dann stand jetzt zu kommen mit, kann leider weniger Videos machen, komm ich an und sag, Leute, es könnte sein, dass vielleicht noch ein paar mehr Videos kommen, denn I don't give a fuck, dann schlafe ich halt nicht mehr, ich seh dir eh schon meine Augenringe, und deswegen ist es so, ich streng mich noch mehr an und ich freue mich, wenn ihr mir zeigt, dass ihr noch da seid und mal ein bisschen mehr kommentiert und wir miteinander schreiben und ich freue mich richtig drauf, die Message von diesem Video war nicht, ich habe mich ja voll gespuckt, die Message von diesem Video war nicht wirklich so deep, aber ich wollte es gerne mit euch teilen, denn wenn du diesen Kanal schaust, dann will ich das dir natürlich auch erzählen, was hier abgeht und ja, ich werde auch demnächst mehr Anime-lastige Videos machen, also über Infos und Diskussionen, Theorien zu diversen Animes, wie zum Beispiel Charlotte, heißt der so? Ja, der heißt glaube ich schon Charlotte, komischer Name eigentlich, aber naja. Und deswegen das kleines Easter Egg, der gehörte GameBuds Batzen. Auf jeden Fall, da wird noch einiges kommen und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Denkt dran, schreibt irgendwas und wir sehen uns in den neuen Videos. Ich freue mich, dass ihr da seid. Sayonara! Ciao! Ja, hier, für die Endcard habe ich noch ein bisschen Zeit und kann sagen, die Qualität wird natürlich gleich bleiben. Ich versuche, so gut es geht, gleich zu bleiben. Okay? Ich streng mich an. Ich streng mich an. Vergesst nicht, auf Instagram zu folgen und ein Like da zu lassen und vor allem kommentieren. Kommentieren! Ein normaler Folgekrumm mit Easter!